Hi, hier ist der Dirk von Nippo Ralf. Bei meinem Besuch in Hamburg im Bujinkan Dojo Tamonten Yamashiro hatten wir zur Erwärmung Oten ausgeführt. Oten, das ist das Rad und das brachte mich auf die Idee, euch einmal zu zeigen, wie wir Oten damals bei uns im Sanmon Dojo geübt haben. Wir haben es in verschiedenen Varianten trainiert und genau das möchte ich euch in diesem Video demonstrieren. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.